Also wir haben hier eins von unseren Contents und das ist das über Thema Identität und die Hauptfrage ist eben, wer bin ich? Und allgemein geht es ein bisschen darum, dass die Confis sich so mit Medien auseinandersetzen, aber vor allem auch mit sich selber. Von der Struktur her aufgebaut, fangen wir bei einem selber an. Also so die erste Station ist das, was wir meine Welt nennen. Da dürfen sie sich selber als Logo-Männchen darstellen. Also sie müssen sich nicht unbedingt nachbauen, sondern sie sollen sich darstellen. Der zweite Schritt ist dann, das Ganze auf eine größere Ebene zu übertragen. Also wir haben da einen Fragebogen, wo sie ein paar Sachen über sich selber ausfüllen dürfen und dann verewigen sie sich das dann selber mit den Klebepunkten auf der Wand einfach. Und als letztes noch haben wir dann noch, dass sie sich mal mit ihren Mitmenschen noch mit dazu beschäftigen müssen, wo sie gerade vielleicht schon gesehen haben, dass er die gleichen Sachen geklebt hat und mal herausfinden sollen, dass es eigentlich viel mehr Menschen gibt, mit denen man mehr Gemeinsamkeiten teilt, als nur die eigenen Freunde. Und dass es eigentlich auch schon in so einem kleinen Rahmen jemanden gibt, der einem eigentlich so ähnlich ist wie ein Zwilling. Ich habe mich hinter einem Haus gemacht. Und es ist dein Haus oder ein Wunschhaus? Nee, ein kleines Haus wollte ich nicht. Aber ich finde, das sieht ganz nett aus. Okay. Was passiert dann danach dadurch? Ja, dann wird davon ein Foto gemacht und dann wird das ausgerückt. Dann dürfen wir das da in die Wand hängen. Und ja. Cool. Das hast du gemacht? Einfach nur mich und dann meine Wiese. Kommt da noch ein Haustier oder sowas? Ja, also ich gucke noch. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich bin noch ein Haustier. Ich bin noch ein Haustier. Ich bin noch ein Haustier. Untertitelung des ZDF, 2020